Zeit, mir Mastery zu machen. Ah, Chris Tello ist da. Na, ich bin noch nicht ganz fertig. Na, Chris Tello? Ja, ich muss ein paar Brötchen aus der Küche holen. Geh' nur kurz ab. Oder covern für mich. Was wär's? Alter! Covern und er ist nicht da, das ist gut. Wir fangen K6 an, Blue, wa? Ja. Gehen wir Worte oder gehen wir Blue helfen? Ja, wir covern Red. Wir covern Red. Gehen wir mal in dem Busch. Weißt du mich irgendwie doppelt? Nö. Weil ich hör' mich doppelt. Hm. Ja. Bisschen. Guck mal so ganz leise. Nö. Vielleicht hat Kreese sein Mikro komisch gekriegt. Alter, das Schild von Jenna stackt ja fast eins zu eins. Ah. Ist richtig OP. BW. Tablet. Okay, hierbei. Wie ist die Mitte? Thorants Ring. Okay, gegen eine Morgana? Hat ja nicht irgendwie schon mehr System? Hm. Okay, ich glaub' nicht, dass die ihn wählen. Ehe. Guck. Ich Pull, also… pass. Ehe. 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 Wer hat denn gepullt? Rant. Warum pullt man die Wölfe? Das ist Fail. Vorsicht. Boah. Ey, mach deinen Crit am Anfang auf irgendein Champion. Ach nee, echt? Aber, ahhhhhh. Ja, hättest du weh machen sollen. Oh, was ein Scheiß-Pull. Jetzt kann ich gleich schon mal back gehen. Wen haben die? Die haben ne Lux. Ich lasst heute. Nein man, ich hab meinen Crit. Ich mach meinen Crit auf den. Agree. Naja, ok, ich las heute. Du hast 5 Creeps verpasst, deshalb. Egal, ich bin dir besser. Ich hab voll Hunger. Ich will meine Brötchen essen, Mann. Und nicht gegen Irelia kämpfen. Scheiße, jetzt hab ich meinen Crew gefailt. Alter, fickt euch doch. Wir wären zu 100% gestorben. Schade, wir hätten die Lux gut kriegen können. Ja, mir war's aber gerade wichtiger zu worden. Wen haben die da jetzt? Schau mal. Kann schnell mal hinter einem stehen. Schade. 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 Was hab ich gesagt? Ich bin immer noch im Rahmen besser. Er hat doch mit der Klinge angefangen. Vorsicht. Ich bin so gut. Ja. Scheiße. Nein! Warum hättest du nicht nach ein paar Sekunden warten können? Danke. Ach, shit, ey. Eine Sekunde, Christello. Ist so. Noch nicht mal. Ich dachte schon so, oh, hast du schon bekommen? Die lebt doch noch. Ah, Lux is squishy. Ach, shit, ey. Ich hab gehofft, er springt nicht weg, dann hätte man er bekommen. Push die Lane und dann geh Base. Obwohl, sollen wir ihn töten? Wenn er ein Stück näher kommt, ja, aber... Ja, genau noch ein Yield, Alter. Ist doch klar. Ah, ist doch klar, das war die Küsse. Ja. Okay, ich mach mal den Rest. Okay, ich konnte den Rest nicht machen. Oh, der verliert jetzt. Ich glaub nicht, dass der ein Tor da ist. Ich weiß nicht, dass der ein Tor da ist. Oh, scheiße, kann... Nee, er kann es nicht. Scheiße, mit Flash weg. Ach, Mist. P-äh, Lux hat ein Pink Ward bei. Ja, ich hatte nicht genug Geld für ein Pink Ward. Zwei Grüne. Ja. Ja, sie doch. Ja, sofort mit einem Fluffle Stoner, dann fickt euch. Schwastig. Natürlich trifft er nicht, Mann. Unser Ort ist durch weg. Schwastig. Alter, jetzt... Die Yeredia ist scheiße schlecht im Farmen. Die hat zwölf Creeps. Ja, egal. Alter. Die Yeredia, die nicht farmen kann, ist... GG. Useless? Ich ward direkt, Mann, ne? Ich komm mal top rein. Ne, aber wär ganz nice. Ey, hier ist Necrame. Na ja, gut. Ja, natür... Fick dich. Spastikind. Na ja, sie haben Pink Ward gesetzt. Ich kann da aber nicht viel machen, ne? Also ich kann Exhaust und Ignite draufhauen, aber man nicht. Ja, lass defensiv spielen. Hm. Bin dabei. NATURLICH, Alter, ich konnte nichts tun! Mein Ignite und mein Exhaust gingen nicht. Das ist ein wenig. Ist da ein wenig? Vorsicht Lux, eh gleich. Topline ist verloren. Ich hab' nur 13 Creeps, sie hätte jetzt innerhalb von einer Minute einen Creep bekommen. Ist mir scheißegal. Ist trotzdem verloren. Ich tu... Ich hab' auch so viel... Äh, Ash hat so viel Schaden. Mhm. Vorsicht, das nen Dings dran hat, nen Lux. Mal dran. Guck mal. Danke. Selbst ich mach mit nem Auto-Hit mehr Schaden, wenn ich mein Schild auf mir hab, als der S. Mein Arrow ist ready. Ah, jetzt brauchen wir halt nur noch nen Gank. Wäre mal nett, wenn ein Kha'Zix kommen würde. Ja, komm. Ich geh kurz backern und komm dann. Danke. Das Ding nur angeflogen gesehen, instant drücken. Lux hat 7 mit CS, also die klaut dem Ads schon ganz schön. Ja, ich hab null. Na, bist du auch immer gut, ne gute Jänner. Schleim, Schleim. Du. Alter. Ich freu mich schon, wenn ich mein Pille so fast durch. Wenn du dein was hast? Loser fast down. Weißt du. Haben die irgendwo nen Ward stehen? Ja, die haben da im Wasser. Im Wasser. Am besten schießst du nen Arrow. Ja. Kha'Zix hilft da hinten nicht viel. Okay, jetzt. Nice. Kill ihn. Kriegst du ihn? Nice, hier ist noch nen Lux. Kill, kill, kill. Nice. Nice. Mit Top. Mit Top. Was? Ganks. Push jetzt ins Lane schnell. Achtung, Mitte, Brand. Helft dem nur. Ja, man kann auch noch overpoweredere Champs spielen, Alter. Fick dich, du Scheiße. Oh, ich will die Morgana. Ich will sie. Ich will die Morgana. Ich will sie. Es ist. Nice. Mach noch irgendwas. Die Minions, ja. Da komm ich auch bis. Ja, natürlich. Ja. Schon wieder still ist, ey. Tja, höchste Anspannung. 20 Sekunden bis mein Fire wieder ready ist. Kannst du gleich nochmal ganken kommen, gleich Kha'Zix? Mhm. 10 Sekunden bis 10. Danach kannst du praktisch Top-Camp. Wir können dann gleich mal Drake machen, wenn die beiden tot sind. 7 Sekunden bis Arrow. Ich weiß nicht, ob der Fluss noch... Ich glaube, der River-Ward müsste weg sein. Achso, du bist schon wieder da. Oh la, ich will dich schießen. Auf die Lux, auf die Lux. Ja. Boah, nice. Etz, etz, etz. Go, hinterher. Good job. Komm zurück. Nein, 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 nein. Ja, danke. Oh, fuck. Ich hinkt Harim. Das war grad perfekt Play, ey. Ich hab gehofft, dass ich sie mit meinem Flash weiter nach hinten locker war. Ja, passt schon. Einfach weggehen, einfach weggehen. Oder, ja, ich bin der Kha'Zix. Ich komm auch mal Base gleich. Naja, obwohl... Ich hätt gern noch... Ich hätt gern noch mehr ein bisschen... Ah, ne. Das, geh weg, geh weg, weg. Der hat seine Ulti mit... ...nem Double-Waff. Das ist zu stark. 5 Gold, 20 Gold. Ja, fuck. Ja, ne. Fünf Gold, okay. Ich komm mal Top-Line. Gutes mit Janna finde ich nicht, dass man Schuhe braucht. Man kann einfach... Ja, wegen der Passiven. Wegen der Passiven von W. Ja, eben. Das ist so geil. 30 Sekunden bis Arrow wieder... Alter, der hat ja gar keinen Cooldown. Krasse Kacke, ey. Ach, ich find's total enttäuschend, dass ich sie grad nicht weiter zurückgauen hab mit meinen Flash und Ulti. Passt schon. Die haben sie ja gekeilt. Ezreal ist da und die Lux fehlt. Ich war ja noch das Shield plus den Yield. Ja, richtig geil. Lass mal gleich trappen. Komm mal hier unten rein. 10 Sekunden auf mein Arrow ready. Ob wir ihn kriegen, weiß ich nicht. Aber ich hab nen Crit ready. Killing Spree. Warte. Na, jetzt greifst du an. Na, egal. Da ist ein Worte. Das war... sorry. Das war nicht extra. Ist egal. Ich denke wir hätten... Oh, ich dich immer die ganze Zeit shielden will. Ich sollte aufpassen, dass ich... entweder Smartcast raus mache oder... ... genauer klicken. Lieber ihm ist tot. Ich komm noch nicht. Lux ist im unteren Gras drin, ne? Was? Oih... Lee Sin ist jetzt auch gerade nicht der Anoop-Champ, aber... Ja, das stimmt. Naja, weil Irelia Lira auch nicht countert oder so. Irelia ist generell nicht stark daran. Vorsicht. Du brauchst null Skill, um die zu spielen. Um Irelia... Doch, ich finde Irelia ist gar nicht so ein... ...Champ, wo man wenig Skill gebraucht. Ich habe sie letztens das erste Mal gespielt und hatte instant 18.6 irgendwas. Oh, du bist gut. Was war'n' das?! Ich hab' Angst, dass hier gleich irgendwo der Dings kommt, der Hikarim. Besser? Naja, dacke. Ich komm' noch mal Top-Man. Da kommt er schon, da kommt er, da kommt er, da kommt er! Ich würd' ihn... Ich würd' ihn ja gerne nehmen jetzt. Aber zu zweit ist doof gegen drei. Ich hätt'n grad auch gern getuelt. Wie er sich Glanz als erstes holt. Lux Warded, und zwar... Hör auf. Ich farm' lieber nur ein Stück. Ich fahr'n' lieber nur ein Stück. Ich fahr'n' einfach mal instant gleich 50 damage mehr machen. Oh, Brandfarm. Du auch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Beiden Carries farmen gut, das ist das Richtige. Lass' mal Golems machen. Was? Lass' mal lane bisschen pushen und dann Golems machen. Scheiß, Gangs. Ohne Scheiß, meine Schild ist immer so'n kleinen Millisekunde zu spät, ne? Na, passiert. Ja, aber das ist immer. Meine Reaktion, ne? Lass' ihn zu wünschen, übrigens. Ich glaub' die wollen nicht jetzt gleich töten. Ne, deine Mama, weißt du? Nice! Das ist so'n lächerlich, wieviel Schaden der jetzt rauskommt. Ich hab' einen Stapel gegrillt. Oh, lol. Ich geh' gleich back, ja, ich komm' mit. Nein! Oh, fuck. Ich hab' mal ein Pink-Watt für Drake gleich. No. Ich geh' kurz weggekaufen, hab' mir BF. Uiuiui. Also, ich find' das Game ist ja voll gut. 0-0-6. Geht klar. No. Lass' ihr euch mal Red für mich holen, bitte. Alter, die Gegner sind alle so schlecht im Farm. Hekarim hat eine Wacke. 59 Farm Morgana. 53 Farm Iredia, ganz ehrlich. Muss' man doch mal kurz versuchen, den Hekarim zu töten. Wenn er... Der war grad top. Das Problem mit Ash ist einfach, sie hat kaum Mana. Ja, aber ich find' so'n Supporter... Boah, da sind... Zwei Leute gewesen. Hast du gesehen? Ne, wo? Da waren zwei. Hekarim und Lux. Warst du nicht Base? Ich war grad Base. Achso, du hast Red gemacht. Ah, das ist... Luxus. Ah, wann bist du den geworden? Ich werd'n Pink geworden. Egal. Da ist ein Hekarim! Nein! Hier unten sind zwei drin. Ich hab' mein Flash gewastet. Ja, ist klar, Alter. Ist klar! Mehr Damage bitte! Ja, ich weißt du, mein Flash ist ein Dreck, Alter. Wie schnell er ist. Ist so lächerlich. Ja, er hat Ghost aktiviert. Besser war er so schnell. Ähhh... Der Tower-Wolt. Ne. Ich herriss die. Mord mal bitte, wenn... wenn's geht irgendwo. Da ist ein Hekarim. Go, 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 go! Wofür? Das scheiß Positioning. Sorry, 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 sorry. Ich hab' ihn getötet. Du bist der Beste! Woohoo! Ski! Baaal! Nice, 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 nice! Perfekt, Jenna! Nooo... Ja, ist kein Problem! Egal, Drake, Drake, Drake! Der Hekarim hat dann... Push dir nochmal die Lane! Ich pinkhole! Ne, 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 mach, go! Der Hekarim hat dann in den Urak gefahren. Das ist okay. Moment, Moment. Go, go, go! Good job! Bin kurz weg. Ich hab' meinen Infinity Edge. Ich hol' mal kurz deine Wölfe, ne? GG. Ja, ich geh' weg. So... 7-0, Alter, wie wir die echt noch bekommen haben, hätt' ich nicht gedacht. Vor allem, ich hab' meinen Arrowpoint geballert! Ich hab's nicht mal gesehen, wie ich getroffen habe! Ich glaub' den Israel, oder? Boah, ich hab' den Israel, oder? Alter, Alter, Alter! Nein, der hat nicht auf die Minimap geguckt. Oh, fuck! War der knapp. Ah, schade. War'n guter Versuch. Komm' zurück! Komm' in 10 Sekunden hab' ich mir den Arrow. Ich glaub' ich, sie wurde hochkommen, dass er trotzdem Ulti machen können. Ich weiß' nicht. Ich hab' meinen Red verloren, scheiße! Achso, er ist abgelaufen. Das ist tot. Das Spiel ist safe. Wir wissen nicht, wo Hikarim ist, wir wissen nicht, wo Iriege ist. Hikarim ist, ja, Hikarim ist auf base gegangen gerade eben. Ich würd' sie ja gerne bald mal töten, aber... nicht ohne dich. Ja, ich musste grad aber auf base, ich hab' 1200 Zoll. Infinity Edge nach 20 Minuten. Gut lang. Ich kann Morgana mit Ding spielen. Mit hier? Ich glaub' ich hol' mir als erstes Item Sekes. Ja, wär' nicht schlecht. Sekes oder Aegide? Aegide. Dann hol' ich mir Sekes, halt. Ne, ich hol' mir Shurelias, Aegide und dann Aegis. Ich glaub' ich werd' gegankt. Scheiße. Oder auch nicht. Scheiße, ich hab' keine Wards gekauft. Schlecht. Na egal. Ähm, what the fuck tust du da? Das hab' ich mich auch gefragt. Da sollen wir mal den Tower wegpushen. Ja. Die sind aber da, die campen die ganze Zeit. Oder auch nicht. Lol. Go, Tower. Arrow. Ist egal. Sorry. Nice. Kriegst du nicht, kriegst du nicht. Lass' das lassen. Sollten aufpassen, Mitte ist miss. Jungler ist top? Ja, Jungler ist top. Free! Ach, du rennst weg. Die sind beide, ähm, Mitte ist bot. Ich brauche noch ein bisschen Gold für meinen... drauf, Alter. Wie geil ist der Brand bitte. Der Brand ist gut. Ich brauche noch 400 Gold für meinen Phantom Lancer. 500. Ist zu red. Genau. Oh, danke. Lass' den stehen. Okay. Ich hab' nichts machen, sind nichts Sinnvolles als Supporter. Ich hab' keine Wards mehr. Kannst du mit Oracle rumlaufen und clear'n. Ah, ja genau, Oracle. So 300, 300 Wards clear'n. Ähm, 150. Lass' mal den Blue machen für uns, wenn ihn noch keiner hat. Für Brand. Der Brand mir seinen Creeps lässt. Oh ja, nice. Okay, dann hol' ich schon mal einen, äh, unseren. Ne, irgendjemand wollte ja grad Baseporten und ich hab's mit meinem Tornado unterbrochen. Lux, Lux, Lux. Ah, Gott. Scheiße. Äh, die, geht da weg, geht da weg. Die sind alle da. Alle. Morgana kommt. Weil sie kommen. Morgana ist. Kommt euch entgegen. Oh mein Gott. Mir kommen auch ein paar Leute entgegen. Oh, der Ezreal. Schade. Ich bin rausgelaufen. Ist doch meine Schuld. Auf den. Auf den Hegarim. Ich kann nix machen. Ich bin kein Damage. Ah, ich meinte. Nice. Good Job. Nice, nice, nice. Boah, wie wir sie grad so gut gefightet haben. Also auch da hinten ist nur noch eine Irelia. Ja, Irelia. Ach, ist so easy für ihn. Ja, geh mal Bot-Farm, wenn du Lust hast. Ich krieg den eh nicht. Drag, drag, drag. Wo ist der Drag da? 24, 21 kommt er wieder. Also zwei Minuten haben wir noch. Wie viel Spaß mir Supporter Guard macht. Jender ist spaßig, ja. Guck dir mal meinen Farm an gegenüber von Ezreal. Vielleicht. Dazu noch die Kills. Bin ich im Gold schon wesentlich voraus. Vorsicht, Crystal, rechts war ne Lux. Oh mein Gott. Sollen wir mal langsam Team-Fights machen? Machen wir doch. Wir haben einen feedenden AD-Carry. Richtige Feedenden. Und einen ziemlich gut gefarmten AP-Carry. Und ich hab ein Orakel. Riecht sich immer. Na, ich lauf dir daher. Da ist er ja. gut. Nice. Lass doch Bot-Pushen. Äh, ja doch Bot-Pushen. Ja, ist... Okay, lass bitte, 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 bitte. Das sind drei Kills. Alter, die Gegner warden nicht. Das sind drei Kills. Was? Ah, ja. Da. Auf die Lux. Ja, okay. Also bisher ist das irgendwie das perfekte Supporter-Game von dir. Lass gleich mal mit der Pushen. Fuck, wo kommt die denn her? Ja. Ja, das war nicht gut. Okay. Oh, ich hab noch einen. Alter, die Gegner warden echt kein Stück mehr. Der war nice. Mit den Tauben. Ich würde so gerne rüberjumpen. Nein, nicht nur du. Hier ist ein Hikarim. Oh, fuck, 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 fuck. Nice. Nice. Alter. Da, zieh dir mal bitte kurz meine Stats rein. GG. GG. Der Huck. 2-0-14. Nice. Alter. Ich bin erstmal weg, ne?